Da mich die Leute immer wieder darauf ansprechen, ob man wirklich Vapes kaufen kann, hier, ohne Alterskontrolle oder Nachweis, nein Freunde, das ist nicht möglich. Denn wenn ihr hier die Nummer eingibt für Vapes, zum Beispiel 31, 32 oder 33, wird automatisch vom System nach einer Altersfreigabe nachgefragt und man muss den Ausweis hier reinschieben und erst dann ist dieses Produkt erhältlich. Also es ist alles geschützt, wirklich. Und das kann ich euch auch gerne nochmal demonstrieren. Machen wir jetzt einfach 3, 2, steht da sofort 9 Euro, Altersabschlagen, immer. Für weitere Fragen macht gerne das Plus weg und schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Ciao.